Was tun bei Verstopfung? 10 Tipps für schnelle Hilfe. Kennen Sie den neuesten? Schrei schon auf Social Media. Der neueste Tipp geht so, Sie nehmen Orangenstücke, bestreuen diese Orangenstücke mit Zimt und Cayenne-Pfeffer und dann essen Sie sie mit Schale und innerhalb von 5 Minuten soll das Ganze dann gegen Verstopfung helfen und das noch wissenschaftlich belegt mit angegebenen Studien. Was wir davon zu halten haben, klären wir noch gleich, aber zwischen 15 und 20% der Menschen haben Verstopfung und die Dunkelziffer, die sind in Wirklichkeit noch viel, viel höher. Was, wenn ich Ihnen sage, dass Menschen mit Verstopfung in Wirklichkeit häufig 3-5 Mal zur Toilette gehen oder in Wirklichkeit häufig auch Durchfall haben? In diesem Video besprechen wir mal diese Zusammenhänge und Sie bekommen meine besten Tipps bei Verstopfung. Viele Menschen mit Verstopfung wissen gar nicht, dass sie verstopft sind. Das hängt eindeutig mit diesem Lehrbuchwissen zusammen. Das können Sie ja nachlesen, dass bis zu 3 Stuhlgänge pro Tag normal sind und ich möchte gar nicht bestreiten, dass das nicht normal ist, aber wir haben ein grundsätzliches Fehlverständnis von Verstopfung. Wir denken, Verstopfung ist, wenn wir mehrere Tage nicht zur Toilette gehen können und dann bekommen wir irgendwie Bauchschmerzen und wir pressen uns dann halt unter höchster Schmerzanstrengung ein paar so Hasenködel ab. Aber in Wirklichkeit ist die Definition von Verstopfung anders. Es handelt sich hier um eine sogenannte Stuhltransportstörung. Das bedeutet, dass viele verstopfte Menschen mehrfach täglich zur Toilette gehen, weil sie diesen Stuhlgang nicht mehr in einem Stück herausbringen. Außerdem denken wir, die Verstopfung ist mal wieder blöderweise entstanden und jetzt muss ich dann halt akuter was gegen tun. Deswegen gibt es auch diese Tipps hier wie auf TikTok und Instagram mit diesen Cayenne-Pfeffer und Orangen. Aber es ist im Prinzip falsch. Richtig wäre, dass man proaktiv ist. Das bedeutet, dass man jeden Tag drei, vier Mal etwas aktiv gegen die Verstopfung tut, damit man sie nicht mehr bekommt. Und ich möchte das Ganze mit so einem Zug vergleichen. Die meisten Menschen, die versuchen immer wieder ihren Zug zum Laufen zu bringen, nachdem er im Bahnhof angehalten hat. Aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass er nie mehr hält, dass er ständig in Bewegung bleibt. Und dieser Zug, den können Sie vergleichen mit Ihrem Stuhl, dass der Stuhlgang, dass diese Peristaltik, die Beweglichkeit des Darmes, dass diese Beweglichkeit nie stoppt. Und wenn Sie das mal in der Operation gesehen haben, der Darm, der windet sich wie so eine richtige Schlange. Und man kann sich bildlich vorstellen, wenn da einfach Stille ist, wenn da sich nichts mehr bewegt, dass das zwangsläufig zu so einer schweren Verstopfung führen muss. Also sorgen Sie dafür, dass dieser Stuhlgang regelmäßig läuft. Wie wir das machen, sehen wir im Laufe dieses Videos. Stellen wir uns erst mal die Frage, was Verstopfung auslösen kann. Und es gibt natürlich Krankheiten, die definitiv Verstopfung auslösen können, wie beispielsweise die Schilddusenunterfunktion oder viele neurologische Erkrankungen, Multiple Sklerose oder Nervenschädigungen, Parkinson, dann auch Diabetes, auch Beschwerden mit dem Darm, wenn der Darm verengt ist oder nach Operationen. Auch Darmkrebs in eher seltenen Fällen. Und dann haben wir noch Direktorzele. Das sind also Dinge, die mit dem Darm zusammenhängen. Aber darüber soll es jetzt mal gar nicht gehen, weil bei den allermeisten Menschen wird das eben nicht der Fall sein. Und nehmen wir uns kurz mal Zeit, um einige bekanntere Gründe für Verstopfung zu klären, bevor wir dann auf die richtigen Tipps oder Geheimtipps kommen, was viele Menschen unterschätzen. Und viele Menschen bewegen sich nicht ausreichend. Ich empfehle so 30 bis 60 Minuten Bewegung pro Tag. Und Sie kennen das, wenn außen die Faszien und die Muskeln sich gut bewegen, dann bewegt sich auch zwangsläufig das Innere des Darmes. Und der Darm bewegt sich. Und das ist einer der Gründe, warum viele Menschen verstopft sind. Oder viele Menschen trinken einfach zu wenig. Wir sollten so zwei bis drei Liter trinken. Ungefähr 35 Milliliter pro Tag, pro Kilogramm Körpergewicht. Sagt man, ist das ebenfalls der Hauptgrund für Verstopfung? Genauso wie dieser Bewegungsmangel? Nein, mit Sicherheit nicht. Genauso wie der nächste. Das sind dann noch Medikamente. Problematisch sind Medikamente, wenn sie einfach Verstopfung auslösen. Ich war ja früher mal Narkosearzt, dort macht man den Schmerzdienst mit. Dort hat man dann viele Patienten zu betreuen, die Opiate nehmen, starke Schmerzmittel nehmen oder Beruhigungsmittel, Schlafmittel, auch Epilepsiemittel, auch Diuretika. All das kann Verstopfung auslösen. Dort muss man dann teilweise mit schulmedizinischen Medikamenten wirklich wieder dagegen arbeiten, dass es einigermaßen funktioniert. Ist das auch der Hauptgrund für Verstopfung? Sicherlich nicht. Und auch der nächste Punkt nicht. Manche Nahrungsergänzungsmittel können das Gleiche auslösen. Denken Sie einfach an die Eisenpräparate, die das machen können. Wir sollten also grundsätzlich schauen, dass wir ein gesundes Mineralgleichgewicht haben. Kalzium, Eisen, Kalium und vor allem eins, Magnesium. Und das sollte alles in der Balance sein. Und über das Magnesium werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen. Das alles waren jetzt relativ bekannte Sachen, die Sie relativ leicht auch umsetzen können. Beziehungsweise wo es auch dann, wenn Sie Medikamente brauchen, gar keinen so großen Ausweg gibt. Jetzt schauen wir uns mal Sachen an und Dinge an, die Sie nicht auf der Rechnung haben. Und das allererste, worüber ich sprechen möchte, ist die Dünndarmüberwucherung mit Dickdarmkeimen, das sogenannte SIBO. Man schätzt, dass ungefähr 70% aller Reizdarmpatienten, eines der Hauptsymptome Verstopfung, dann so ein SIBO haben. Und was passiert da genau? Hier steigen Dickdarmbakterien in den Dünndarm auf. Und diese Bakterien, die können dann bei Kontakt mit Zuckern, mit verschiedenartigen Zuckern, können dann Gase bilden. Einmal Methan, einmal Wasserstoff und einmal Schwefelwasserstoffgas. Was ist die Schwierigkeit daran? Erstmal, viele Menschen erkennen nicht, dass sie so ein SIBO haben. Sie haben Darmprobleme, sie haben Verstopfung. Die Verstopfung, die ist vielleicht abwechselnd mit Durchfall. Auch das gibt es. Wir sprechen da vom sogenannten Überlaufdurchfall. Wenn ein Teil des Stuhlgangs verstopft, ja, und diese Verstopfung wird dann gelöst. Und hinterher kommt das dann als Durchfall nach, was sich so über die Tage aufgestaut hat. Aber es gibt noch andere Symptome von SIBO. Beispielsweise, wenn Sie relativ schnell nach dem Essen Blähungen bekommen, so, sagen wir mal, zwischen 20 Minuten und 120 Minuten oder 90 Minuten, so in diesem Dreh, dann findet die Gasbildung auf diese Lebensmittel da explosionsartig statt. Oder Aufstoßen nach dem Essen, auch ein typisches Zeichen von SIBO. Also entweder Gasbildung nach oben übers Aufstoßen oder Gasbildung nach unten. Dann abwechselnd Durchfall, Verstopfung oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder auch Lebensmittelunverträglichkeiten oder Histaminunverträglichkeit, Salicylatunverträglichkeit, Glutenunverträglichkeit, Laktoseunverträglichkeit. Ich habe in den letzten Monaten keinen einzigen Patienten in meiner Praxis mehr mit Salicylatunverträglichkeit diagnostiziert, der nicht auch ein SIBO hätte. Oder eine Verschlechterung auf Knoblauch oder Zwiebel und dann grundsätzlich halt die Verschlechterung auf Ballaststoffe aller Art, auf Obst, auf Gemüse, auf Sauerkraut und diese Dinge. Wie ist die Behandlung von SIBO? Sie ist wirklich, wirklich schwierig und komplex. Ich mache Ihnen dazu bald einen Workshop. Ich habe es versprochen, habe es leider bisher noch nicht geschafft. Das ist alles in Vorbereitung. Ich überblicke schon sehr, sehr viele SIBO-Patienten mittlerweile, auch durch die Therapeuten-Community und die Darm-Community. Also es ist ein bisschen tricky, das zu behandeln. Auch die Lebensmittelauswahl ist individuell total verschieden. Aber wie gesagt, das kann ein unerkannter Grund ihrer Verstopfung sein, über die fast kein Mensch spricht. In Deutschland sowieso nicht. Viel Wissen kommt da aus Amerika momentan rüber. Aber wie gesagt, wir können SIBO noch nicht so richtig gut testen. Seit zwei, drei Jahren stehen da bessere Tests zur Verfügung. Ich habe Ihnen auch einfach mal hier einen SIBO-Test verlinkt. Machen Sie mal so einen Test, wenn Sie sich jetzt gerade wiedergefunden haben. Und nicht nur die Fehlbesiedlung im Dünndarm ist ein großes Problem, auch im Dickdarm ist es ein großes Problem. Ist im Prinzip eine viel, viel leichter zu lösende Baustelle. Das haben sehr, sehr viele Menschen. Das heißt, wenn Sie also unter häufigen Blähungen leiden, wenn die Blähungen dann auch übel riechend sind, dann haben Sie eher eine Besiedelung im Dickdarm. Es kann natürlich auch sein, dass eine Fehlbesiedelung im Dickdarm und Dünndarm ist. Aber die meisten Menschen, sagen wir mal 90, 95, 98 Prozent vielleicht, werden eher die Dickdarmbesiedelung zuerst haben und dann eventuell die SIBO-Dünndarmbesiedelung. Wenn Sie das haben, auch hier habe ich Ressourcen unter dem Video. Auch das sollten Sie in den Griff kriegen. Und was ist jetzt hier der Zusammenhang? Wie funktioniert das Ganze oder wieso kommt Verstopfung, wenn wir Gase bilden? Das ist ganz einfach. Die Gase, die drücken auf die Darmwand. Sie lähmen die Darmwand regelrecht. Das wäre eher die Symptomatik bei SIBO. Wenn diese Dünndarm-Fehlbesiedelung gleich im Dünndarm unterhalb des Magens sitzt, dann ist die Gasbildung eher nach oben. Dann hat man eher das Aufstoßen nach dem Essen. Wenn die Besiedelung etwas tiefer sitzt, dann hat man eher die Blähungen oder den geblähten Bauch oder dass einem total schlecht geht oder eher die Verstopfung und auch eher das Abwechslung mit dem Durchfall. Wenn Sie eine Dickdarmfehlbesiedelung haben, dann ist es eher so, dass die Blähungen dann relativ schnell und zügig abgehen. Häufig dann auch mit der Geruchsbildung von Methangasbildenden und so weiter im Dickdarm. Also das sind so ein bisschen die Unterschiede. Kommen wir mal zum Hauptgrund von Verstopfung. Und das ist einfach die Aufnahme von zu wenig Ballaststoffen. Drei Viertel aller Deutschen essen zu wenig Obst, zu wenig Gemüse, zu wenig Vollkornprodukte. Wer Ballaststoffe isst, lebt länger. Eindeutige Sache, wissenschaftlich nicht diskutierbar, eindeutig bewiesen. Und wenn wir uns jetzt das Vollkornbrot nochmal wegdenken, dann verstehen wir folgende Zahlen. Denn man schätzt, dass ungefähr 95 Prozent der Amerikaner einen Ballaststoffmangel haben. Und zwar nicht nur einen leichten, sondern einen schweren Ballaststoffmangel. Und die empfohlene Tagesmenge an Ballaststoffen ist 25 Gramm für Frauen. Circa 38 Gramm für Männer. Und der durchschnittliche Verzehr in Amerika liegt bei ungefähr 15 Gramm pro Tag für die Frauen und 18 Gramm pro Tag für die Männer. Und untersucht hat man jetzt auch schon, welche Ballaststoffe den besten Effekt haben. Die Antwort, keine. Das bedeutet, wir sollten möglichst eine große Bandbreite an Ballaststoffen zu uns nehmen. Obst, Gemüse, Linsen und so weiter. Natürlich gibt es hier auch neuere Erkenntnisse von der Vielfalt und Funktion der Ballaststoffe. Wir wissen, dass die Ballaststoffe eben einen großen maßgeblichen Einfluss auf die Darmgesundheit haben. Unsere Darmbakterien können die kurzkettigen Fettsäuren nicht bilden. Sie können keine Entzündungshemmung produzieren oder entzündungshemmende Stoffe produzieren, wenn die Ballaststoffe fehlen. Die Fettleibigkeit hängt damit zusammen. Die Entzündungsneigung hängt damit zusammen. Vermutlich auch die Entstehung von Darmkrebs. Und der Schutz, wenn man Ballaststoffe isst vor Darmkrebs, hängt damit zusammen. Und eine Sache muss man sich vor Augen halten. Das Problem ist, dass viele Menschen mit Darmproblemen keine Ballaststoffe vertragen. Deswegen kommt auch momentan diese Karnivorwelle zustande. Das sind also alles Menschen, die irgendwie Probleme hatten, dann plötzlich Fleisch essen und sagen, das ist das Allerbeste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe überhaupt gar keine Beschwerden mehr. Das heißt, wenn ich auf Ballaststoff reagiere und dann Blähungen beispielsweise wie Blöd produziere oder eine unerkannte Glutenintoleranz habe, dann ist es nur eine logische Konsequenz. Wenn ich diese Nahrungsmittel dann weglasse, dass es mir dann besser geht und dann halt auch mit Eiweiß besser geht. Aber das Problem ist, dass die Darmflora sich nicht automatisch verbessert, wenn ich so eine Ernährung einschlage. Denn das grundsätzliche Problem, zu wenig Ballaststoffe bleibt. Ja, so nach dem Motto, es kriegt sich schon wieder von alleine ein. Und hier sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr eben bei der Karnivorernährung. Was sollten Sie also bei Verstopfung tun? Sie sollten mehr Ballaststoffe zu sich nehmen und zwar solche, die Sie sicher vertragen. Und hier sind wir nicht beim Obst und nicht beim Gemüse und nicht bei mehr Vollkorn und nicht bei mehr Linsen, Bohnen und so weiter. Sondern wir sind tatsächlich bei einem Pulver. Ich würde Ihnen raten, wenn Sie es nicht schon ausprobiert haben, Flohsamenschalen, die kann man nehmen. Weizendextrien kann man gut nehmen. Akazienpulver, auch sehr, sehr gut geeignet. Und teilweise hydrolysiertes Gua-Kernmehl. Das wird dann auch von Menschen vertragen, die unter so einem Sibo leiden. Also wenn Sie sehr empfindlich sind mit Ihrem Darm, starten Sie erst mit dem teilweise hydrolysierten Gua-Kernmehl. Das sind also wasserlösliche Ballaststoffe oder mit Flohsamenschalen immer viel dazu trinken. Und was Sie eben brauchen, ist eine Regelmäßigkeit da hinein. Das werden wir gleich noch auflösen, wie man das Ganze dann praktisch umsetzt. Ich habe gerade schon ein bisschen andeuten lassen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so weiter. Das ist auch ein großes Problem. Sie können mal ausprobieren, bei der Verstopfung Milchprodukte und Gluten wegzulassen für so zwei, drei Wochen lang, ob es eine Verbesserung bei Ihnen gibt. Wir sehen mittlerweile wissenschaftlich natürlich einmal die klassische Glutenintoleranz. Und wir sehen eine sogenannte Weizenintoleranz oder wir sehen eine Intoleranz auf andere Proteine, die im Weizen oder im Getreide vorhanden sind. Ich habe also einige Patienten, die das haben, die auch schulmedizinisch von A bis Z sogar universitär abgeklärt wurden. Und das ist dann die Essenz daraus. Also Sie können das mal ausprobieren, ob sich Ihr Stuhlgang verbessert. Viele Menschen reagieren eben so leicht darauf und eines der Symptome wäre dann Verstopfung. Meistens ist die Schleimhaut ja schon gereizt, vor allem wenn dann eben Allergien da sind oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und wenn jetzt noch Cayennepfeffer kommt, so wie in diesem Tipp, dass Sie da wahrscheinlich nehmen die sogar noch gespritzte Orangen, die Sie mit Haut essen, dann kommt natürlich eine Reaktion. Und gerade bei Menschen mit Leaky Gut muss man vorsichtig sein mit scharfen Gewürzen. Es kann also entweder die Verstopfung verschlimmern, es kann Ihnen auch Koliken machen. Und grundsätzlich würde ich von diesem Tipp wirklich davon abraten, es sind hier einige Studien gelaufen, allerdings an Laborraten. Laborraten sind nicht Menschen, die Stress haben und unterschiedliche Lebensmittel nicht gut vertragen. Das heißt, einfach vorsichtig sein mit solchen Tipps und mit dieser kurzfristigen Einnahme macht im Prinzip keinen Sinn. Was könnten Sie anstelle dessen machen, was viel sinnvoller ist? Und hier kommen wir auf den nächsten Tipp und das sind Kiwis. Hier hat man eine tolle Studie gemacht. Man hat also Menschen täglich zwei Kiwis gegeben, die Verstopfung hatten, beziehungsweise Reizdarm. Und hier hat man gesehen, zwei Kiwis täglich. Nach vier Wochen stieg die Stuhlfrequenz dieser Personen und die Symptomatik ist nach unten gegangen. Das Ganze war dann signifikant. Die Studie habe ich Ihnen hier verlinkt. Das macht mehr Sinn, warum bei Kiwis wieder gute Ballaststoffe reinbringen. So, und jetzt geht es mal um den Rhythmus. Was können Sie tun, damit Sie von Ihrer Verstopfung loskommen? Wir haben gerade schon erwähnt, viel bewegen, viel trinken. Die Klassiker steht in jeder Zeitung. Aber Sie sollten jetzt schauen, dass Sie einen regelmäßigen Rhythmus zurückgewinnen mit Ihrem Stuhlgang. Und das können Sie so machen, indem Sie eben Ballaststoffe hochfahren, mehr Ballaststoffe nehmen, lösliche Ballaststoffe, dreimal am Tag, vor, zur, nach der Mahlzeit, total egal. Auf jeden Fall irgendwie um die Mahlzeit herum, damit sich einfach das Stuhlvolumen erhöhen kann. Und dann kann man Magnesium nutzen. Sie wissen, Magnesium hat einen abführenden Effekt. Und auch hier gibt es Studien, 1,5 Gramm Magnesiumoxid pro Tag oder auch Magnesiumcitrat, auch Magnesiumsulfat kann funktionieren. Wenn Sie das dreimal am Tag einnehmen, die Dosis natürlich langsam steigern, nicht mit 1,5 Gramm anfangen. Da kann der Schuss im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Aber auf jeden Fall langsam die Magnesiumdosis steigern. Und nicht, wenn Sie Verstopfung haben und dann Magnesium nehmen, sondern eben dreimal täglich. Sie sollten auf jeden Fall das mit Ihrem Therapeuten absprechen, warum vorher eine Blutkontrolle machen. Wenn der Magnesiumspiegel schon zu hoch ist, dann können Sie den einfach zu stark erhöhen. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Und noch zwei Tipps, wenn es ganz schnell gehen muss. Natürlich kann man mal einen Einlauf machen. Und ich kann mich erinnern, als ich als Fastenarzt in der Klinik angefangen habe, da hat uns der Professor dazu verpflichtet, dass jeder, der Fastenarzt wird, muss auch selber fasten. Das bedeutete einen Einlauf. Und wir hatten diese komischen Beutel, die man da irgendwo sich im Zimmer aufgehangen hat und so weiter. Eine völlige Katastrophe. Ich empfehle Ihnen eine Klüsopumpe. Was ist das? Das ist im Prinzip ein Gummiballon mit zwei Enden. Und mit dieser Klüsopumpe, da können Sie Ihren Einlauf sehr, sehr wohldosiert steuern. Das ist ganz angenehm. Hat man keine unangenehmen Schmerzen und so weiter. Kann es dann auch zwei, dreimal hintereinander wiederholen, wenn dann ein Teil der Verstopfung schon gelöst ist. Und wenn Sie kleine Kinder zu Hause haben, sollten Sie auch immer ein Mikroklistier zur Hand haben. Kleinkinder oder Babys, die sind selber mal gerne verstopft. Das heißt, wir hatten es, glaube ich, zweimal bei unseren Kindern gebraucht. Ich hatte es immer zu Hause. So ein Mikroklistier kann wirklich mal der Retter in der Not am Wochenende oder irgendwo am Campingplatz im Urlaub sein. Bitte übertreiben Sie das nicht mit dem Abführen. Ich habe also auch schon Patienten erlebt, die sich durch dauerhaftes Abführen dann ihre Darmflora so zerschossen haben, dass wir wirklich Mühe hatten, die wieder aufzubauen. Und vielleicht noch ein kleiner Insight aus der Klinik. Was passiert denn, wenn man so verstopft ist, dass gar nichts mehr geht? Man wird natürlich dann mit Blaulicht irgendwie ins Krankenhaus eingeliefert, weil man so starke Blähungen bzw. so starke Koliken hat. Und was machen wir dann in der Klinik, wenn da gar nichts geht? Wenn sämtliche Klistiere und sämtliche Schwenkeinläufe und so weiter versagen, dann kommt man tatsächlich in den OP und man macht dann in der OP eine Ausräumung. Ich habe es nie erlebt, dass das nötig wurde. Warum? Weil die meisten Leute dann mit dem Einschlafen in der Narkose durch das muskelentspannende Mittel dann da ihren Stuhlgang verrichtet haben und dann konnte man sie wieder aufwecken. So, das war es. Ich hoffe, es waren ein paar andere Tipps dabei für Sie. Wir können mit diesem Video nicht Ihr Verstopfungsproblem im Detail lösen. Das ist einfach nicht möglich. Sie sollten auf jeden Fall bei Verstopfung mal einen Test machen. SIBO-Test machen, wenn Sie sich gerade erkannt haben. Einen zweiten Test machen. Stuhltest, Darmflora testen, verlinke ich Ihnen unten. Es gibt viele amerikanische Kollegen, die sagen, jeder Patient mit Verstopfung hat eine massive Störung des Mikrobioms. Ich würde mich dieser Meinung definitiv anschließen. Und wenn Sie lange Zeit Schmerzmittel nehmen müssen, Kortison oder sonst irgendetwas, dann ist es wahrscheinlich, dass man so eine Störung entwickelt. Also auch auf Bakterienebene, nicht nur die Nebenwirkung Verstopfung. Deswegen würde ich meinen Darm bei Verstopfung immer, immer gesund halten. Links habe ich Ihnen hier unter das Video gepackt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke an die Kanalmitglieder, die mich unterstützen. Und freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Danke fürs Zuhören. Und schreiben Sie ruhig in die Kommentare, was bei Ihnen geholfen hat.